In einem spannenden Endspiel um die Europameisterschaft 2024 konnte sich Spanien letztendlich verdient gegen England durchsetzen und in diesem Video zeige ich euch, wie es ihnen gelungen ist. Zum Finale gab es auf beiden Seiten Anpassungen, bei den Spaniern vor allem im Ballbesitz, worauf wir uns jetzt erstmal fokussieren werden. Und zwar haben sie nicht wie in den meisten Spielen mit einem 4-2-Aufbau agiert, also mit Rotri und Fabian Rui vor der 4er-Kette, sondern mit einem 4er-Aufbau, Rotri davor und im Mittelfeld eine 1-2-Staffelung, also Rotri als 6er und Olmo und Fabian Rui als 8er davor. Das dementsprechende 4-3-3 sieht man hier ganz gut, während die Engländer gegen den Ball in einem 4-4-2 agiert haben. Saka, der zuletzt häufig in die letzte Linie gerückt ist, um eine 5er-Kette zu bilden, ist als rechtsaußen geblieben und vor allem wichtig war Phil Voden, wir sehen es hier eingekreist, der war immer an Rotri dran, hat ihn in der ersten Halbzeit wirklich so gut es ging aus dem Spiel genommen und es hat ja auch tatsächlich relativ gut funktioniert. Spanien hat sich kaum Chancen kreiert, England natürlich auch nicht, aber das Ziel von England wurde so größtenteils gut erreicht. Die Engländer haben die Spanier dabei mannorientiert zugestellt, allerdings bei den Innenverteidigern war es nur Kane, der für beide zuständig war, um hinten eine Plus-1-Absicherung zu wahren gegen den spanischen Stürmer mit Morata. Vor allem das Mittelfeld, also das Zentrum und das Herzstück des spanischen Spiels konnte man so gut ausschalten, weil man es auch gut gespiegelt hat. Voden war immer an Rotri und die 6er, Rice und Maynou waren dann jeweils an den spanischen Achtern, Olmo und Fabian Ruif. Das sehen wir auch hier nochmal ganz gut, der 4-1-Aufbau von den Spaniern und eben die 6er von Spanien, die jeweils von den englischen 6ern zugestellt werden, woraufhin dann Morata sich hin und wieder fallen lassen hat. Das sehen wir hier ganz gut, um dann halt eben den Raum zwischen ihnen auszunutzen, weil diese halt meistens ausgestaltet wurden. Aber so wirklich gelungen ist es Spanien nicht, dann andere Spieler ins Spiel zu bringen. Vor allem hier wird das deutlich, alle drei Mittelfeldspieler der Spanier sind zugestellt und so wurde es dann halt schwierig für sie, sich Chancen herauszuspielen, beziehungsweise überhaupt ins letzte Drittel zu kommen. Als Reaktion darauf hat sich Fabian Ruif häufig mal tiefer fallen lassen aus diesem Block der Engländer heraus, die ihn auch nicht verfolgt haben und dann hatte er eben mal Platz, den Ball zu erhalten und dann auch Zeit am Ball, um die dementsprechenden Pässe zu spielen. Während Foden weiterhin Roti zugestellt hat. Wir sehen auch hier wieder, hier lässt sich Fabian wieder tief fallen und das erlaubt dann eben auch den Außenverteidigern der Spanier etwas höher zu schieben, beziehungsweise auch in die letzte Linie, wie in dem Fall rechts Cavaral und links eben Cucurea. Und dadurch hat sich hin und wieder Saka dann doch in die letzte Linie fallen lassen, wie hier, um eine Fünferkette zu bilden. Dadurch hätten die Spanier theoretisch auch im Zentrum etwas mehr Platz gehabt, haben es aber dennoch nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Eine andere Variante war, dass Roti sich zentral zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und somit hatten sie zu dritt nicht nur eine Überzahl gegen die zwei Anläufer Foden und Kane von England, nein, vor allem konnten die Innenverteidiger etwas breiter stehen und dann in den freien Raum antribbeln. Den habe ich jetzt hier mal in rot markiert. Der war dann halt immer kreiert zwischen der ersten und zweiten Pressinglinie von England, beziehungsweise vor allem neben der ersten. Vor allem aber auf der linken Seite war das häufiger der Fall, weil auch ein Laporte ein Spieler ist, der extrem gut darin ist, den Ball zu tragen, anzudribbeln. Und das sehen wir hier ganz gut, wie er in den gleichen Raum nur auf der anderen Seite antribbelt, nachdem Rotri sich etwas tiefer fallen ließ. Das hat zwar etwas besser funktioniert, aber auch da hat die finale Durchschlagskraft gefehlt, sodass man sich auch da nicht wirklich Chancen kreieren konnte. Generell die erste Halbzeit war relativ langweilig, aber wir gehen jetzt über in die zweite Halbzeit, zumindest was den spanischen Ballbesitz angeht. Und da gab es ja zunächst mal einen erzwungenen Wechsel, weil Rotri verletzungsbedingt raus musste. Und dadurch hat man aber auch die Staffelung im Mittelfeld angepasst. Man ist wieder zurückgegangen auf ein 2-1, also zwei Sechser mit Fabian und mit Subimendi, der eingewechselt wurde und Olmo dann als alleiniger Zehner davor. Die Engländer wiederum haben sich dazu entschieden, etwas aktiver anzulaufen. Ob das jetzt mit dieser Umstellung von Spanien zusammenhing oder ob sie das ohnehin geplant hätten, kann ich letztendlich auch nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass das nicht ganz so gut geklappt hat. Man ist jetzt beide Innenverteidiger angelaufen mit Foden und Kane, hat die Außenverteidiger und die Sechser jeweils mit einem Mann zugestellt. Hinten dennoch die Plus-1-Absicherung der beiden Innenverteidiger gegen Morata bewahrt. Und dadurch war Olmo zwischen den Linien häufig relativ frei und hatte keinen direkten Gegenspieler. Das wurde einem dann auch beim spanischen Führungstreffer unmittelbar nach der Pause indirekt zum Verhängnis. Wir schauen uns mal die Entstehung an. Da ist es wieder mit Laporte ein antribbelnder Innenverteidiger, diesmal ins Zentrum. Dann spielt er rechts raus auf Fabian Ruif, der sich mal etwas tiefer fallen ließ, diesmal auf die rechte Seite. Der spielt dann ganz raus auf Cabaral auf der rechten Außenbahn. Und dadurch, dass sich die Spanier mal mit etwas Dynamik nach vorne kombiniert haben, verteidigen die Engländer hinten in gleich, beziehungsweise fast sogar schon in Unterzahl. Wir sehen den Linksverteidiger Shaw, der auf Cabaral rauszieht. Dann jeweils die Innenverteidiger haben auch einen Mann. Gray zieht auf Jamal und Stones auf Morata, der Stones auch später mit einem guten Laufweg noch vom Ball wegzieht. Wir sehen Walker, der sich dann an den freien Mann Dani Olmo orientiert, obwohl sein Gegenspieler ja eigentlich Nico Williams auf der Außenbahn ist. Allerdings rückt Bukayo Saka nicht mit in die letzte Linie und dadurch ist man eben in der Unterzahl. Spanien hat es geschafft, eine 5er Offensivreihe zu kreieren. Dani Olmo ist hier rot markiert, bleibt es auch in der nächsten Szene. Cabaral spielt hier auch einen guten Pass von rechts außen mit dem Außenriss auf Lamin Jamal in den Halbraum. Der wiederum kann dann mit dem Ball etwas antribbeln auf die Verteidiger zu, spielt dann einen überragenden Pass links raus, perfekt getimt auf Nico Williams. Der kommt da aber überhaupt erst zum Abschluss, weil eben Dani Olmo diesen Laufweg macht, zieht dementsprechend Kyle Walker mit sich mit und öffnet da den kompletten Raum auf Außen für Nico Williams, der dann eben zur spanischen Führung einschiebt. Aber genau das wurde Englandern häufiger zum Verhängnis. Hier sieht man es perfekt, da haben wir das gleiche Pressing wie gerade eben. Die vorderen 6 Engländer laufen jeweils die 6 Spanier an. Dani Olmo wiederum ist zwischen den Ketten komplett frei, kann sich da horizontal auf Ballhöhe jeweils frei bewegen, ohne einen direkten Gegenspieler zu haben. Wir sehen hier zwar Declan Rice, der linke Sechser von England, schaut nochmal nach hinten, zieht da auch Olmo, aber seine Aufgabe ist es halt, den Sechser vor ihm mit Subimendi zuzustellen, orientiert sich dann auch nach vorne. Olmo ist dann halt eben frei im Rücken von der zweiten Pressinglinie von England, ohne dass jetzt einer der Innenverteidiger von England mit nach vorne verteidigt, um Olmo zuzustellen. Man hat ihm quasi diesen Raum gewährt und das wurde einem sehr häufig zum Verhängnis, denn in dieser Phase, direkt nach dem 1 zu 0, hätte Spanien das Spiel durchaus entscheiden können, wenn nicht sogar müssen. Sie hatten da einige Chancen, die eben genau deshalb entstanden sind, weil Olmo hier der freie Spieler war und weil die Spanier auch extrem gut darin sind, den freien Spieler zu finden, falls es einen gibt. Deswegen hat ja zum Beispiel auch Nagelsmann gegen Spanien Mann gegen Mann verteidigt, dass es so gut wie nie einen freien Mann gibt, den die Spanier finden können, weil halt keiner frei ist. Und das haben sie hier wieder extrem gut ausgenutzt und das war eben ein Fehler von den Engländern. Sie können von Glück sprechen, da nicht noch ein Gegentor bekommen zu haben, haben dann letztendlich aber doch noch reagiert und umgestellt in Form von einem 4-1-4-1, das wir hier ganz gut sehen. Vorne war es jetzt Watkins, der für Kane reinkam als alleiniger Anläufer gegen die zwei Innenverteidiger. Ansonsten hast du die Außenverteidiger und Sechser von Spanien zugestellt und hat es dann Declan Rice etwas tiefer, der dann für Dani Olmo zuständig war, wodurch sie wieder etwas mehr Stabilität erlangt haben. Und tatsächlich haben sie es ja dann nochmal geschafft, zurück ins Spiel zu kommen, aber schauen wir erstmal von Beginn an, was die Engländer im Ballbesitz gemacht haben. Denn zunächst sah das, wie gewöhnlich, nicht allzu gut aus. Man hat wieder aufgebaut in so einer Mischung aus 3er und 4er Aufbau mit Luke Shaw auf der linken Seite, der dann je nachdem etwas tiefer oder etwas höher stand, halt auf der linken Seite die Breite gehalten hat. Im Zentrum hattest du dann Mainu und Declan Rice und davor Bellingham mit Foden. Während es die Spanier identisch wie England zu Beginn zugestellt haben, also vorne Morata, der für beide Innenverteidiger zuständig war, damit du hinten eine Plus-1-Absicherung hattest, also beide Innenverteidiger an Harry Kane. Wir sehen hier Torhüter Pickford am Ball, das war auch ein Teil des Problems. Häufig hat er einfach den Ball langgeschlagen, weil es ihm Spaß macht, keine Ahnung. Oder man hat sich versucht, flach hinten raus zu befreien. Das fand ich teilweise echt bemerkenswert, habe ich so von England im Turnier bis jetzt nicht gesehen. Allerdings ist es ihnen überhaupt nicht gelungen, aus der ersten Aufbaulinie rauszukommen, weil sie da einfach gut zugestellt und gut angelaufen wurden von den Spaniern, haben da nicht die Lösung gefunden, um dann eben ins Zentrum zu kommen, mal in den Druck reinzuspielen und dann Situationen aufzulösen. Denn hätten sie das geschafft, sich flach hinten raus zu befreien, dann hätten sie im Mittelfeld durchaus eine Überzahl gehabt, hatten da meistens 4 gegen 3 Spieler, hätten das da ausspielen können. Aber sie haben es entweder nicht geschafft, sich dorthin zu spielen oder haben es hinten raus lang gespielt über diese Überzahl hinweg. Das sieht man zum Beispiel hier ganz gut. Hier hast du auf der linken Hälfte eine 6 gegen 5 Überzahl von England, aber sie spielen eben lang, deshalb ist das Bild hier auch so ein bisschen unscharf. Beziehungsweise mit dem Torhüter, wenn du den mit einbeziehst, hast du sogar 2 Mann mehr, eine klare Überzahl. Aber sie trauen es sich nicht, das auszuspielen, spielen eben lang in die Unterzahl hinein. Vorne haben sie 4 Spieler gegen 5 Spanier und dann wird es halt eben schwierig. Und die fehlenden spielerische Mittel stehen dann auch so ein bisschen sinnbildlich für dieses Turnier. Du schaffst es zwar hin und wieder, dich durch deine individuelle Qualität durchzusetzen, wie eben mit einem Bellingham in dem Spiel gegen die Slowakei oder auch sonstige Beispiele. Da war es ja immer eng, auch gegen die Schweiz, gegen die Niederlande. Aber gegen eine Mannschaft mit klar einstudierten Abläufen, wie es eben Spanien ist, wird es dann eben schwierig, denn genau diese Abläufe fehlen den Engländern. Dann hat es Spanien auch gut gemacht. Trotz der Führung ist man nicht nur hinten reingestanden. Hier zum Beispiel situativ hat man dann vorne auch mal komplett Mann gegen Mann zugestellt und England hatte dann gar keine Ideen mehr. Das hat sich dann aber ein bisschen gebessert. Southgate hat dann auch nochmal umgestellt. Bellingham ist auf die 6 zurückgegangen neben Declan Rice. Du hattest dann im Halbraum rechts Palmer und links Foden. Hattest da einfach nochmal mehr spielerische Klasse dann. Trotzdem fällt der Ausgleich dann nicht nach einem eigenen Spielzug, sondern eher über eine Umschaltsituation. Aber es ist halt schon bezeichnend. England gibt immer dann Gas, beziehungsweise spielt dann nach vorne, wenn sie mal hinten liegen, wenn sie was machen müssen. Aber solange es unentschieden steht oder sie führen, machen sie halt überhaupt nichts. Und beim Tor ist es natürlich wieder die individuelle Qualität. Erst Saka und die Spanier sind hier auch ein bisschen ungeordnet, weil es halt eben eine Umschaltsituation war. Laporte ist da eher der Linksverteidiger. Kukureya innen. Bellingham legt den überragend ab für Cole Palmer und der zirkelt ihn dann unten ins Eck zum Ausgleich. Dann sah es kurz so aus, als könnte das Spiel kippen, aber Spanien übernimmt dann wieder die Kontrolle. Man sieht auch wieder klare Muster. Fabian Ruiz lässt sich wieder halbrechts fallen in der A3er-Aufbau. Olmo füllt das Zentrum auf. Vorne hast du wieder 5 Spieler in der letzten Linie, um die Engländer zu überladen. Und genau das zeichnet halt die Spanier aus. Sie sind flexibel darin, wie sie spielen. Dennoch sind es klare Muster und die Spieler sind frei darin, wann sie diese anwenden. Und so kommen sie dann auch folgerichtig zum erneuten Führungstreffer. Da schafft es Palmer nicht, das Zentrum zu schließen. Bellingham macht den Pressing auch nicht mit. Somit kann eben Fabian Ruiz den Ball erhalten, aufdrehen, dann auf Olmo weiterleiten. Da ist auch Declan Ruiz etwas zu weit weg, gibt ihm eben die Zeit am Ball. Er könnte eigentlich den einfachen Pass rausspielen auf Kukureya, der auch relativ offensichtlich ist. Dann hätte Walker aber den relativ leicht ablaufen können, sodass er sich wieder nach hinten drehen muss. So macht er den schweren Pass, spielt ihn mit dem Außenriss an Ruiz vorbei auf Oyatha Ball. Der leitet eben direkt raus auf Kukureya. Der bringt ihn rein. Walker erwartet dies nicht, kann ihn dementsprechend nicht ablaufen. Und ja, wie gesagt, Kukureya bringt ihn dann rein. Schöner Doppelpass mit Oyatha Ball, der dann eben abschließt zum Führungstreffer und somit eben auch zum Titel für Spanien. Keine Ahnung, was Jordan Pickford da macht. Bewegt sich vom Ball weg, also ja, katastrophales Torwartspiel. Aber Spanien hat es dankend angenommen und dementsprechend verdient den Titel geholt. Im Endeffekt haben es sich die Spanier auf jeden Fall verdient, Europameister zu werden. Man kann aus deutscher Sicht auf jeden Fall stolz sein, dass man die Mannschaft war, die es ihnen am schwersten gemacht hat, die sie sogar am Rande einer Niederlage hatte. Man kann darauf auf jeden Fall aufbauen, auch wenn es extrem bitter ist. Man hätte auch über Deutschland, wenn man sich da durchgesetzt hätte, im Endeffekt wahrscheinlich gesagt, dass man der verdiente Sieger ist, wenn man es letztendlich geholt hätte. Aber ist nun mal nicht passiert, dennoch kann man auf jeden Fall zufrieden sein, dass man mit dieser Mannschaft mithalten konnte. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen für die Zukunft. Aber was sagt ihr zum Finale, zum kompletten Turnier? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, bin ich auf jeden Fall gespannt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!